Endlich ist es wieder soweit. Es ist Mittwoch und damit Zeit für ein neues Limited Edition namens False Gods. Man hat es schon gesehen, 700 Exemplare wird es geben und wir sehen hier einen Skarabeus in Science Fiction Design. Ich weiß nicht genau, was wir da eigentlich sehen sollen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was Ausgefalleneres. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich bin ja immer froh, wenn es da was Neues gibt und man weg von vielleicht ganz einfachen klassischen Designs kommt. Hier hätte ich mir irgendwie im klassischen Skarabeus mit Pyramiden im Hintergrund oder so eher gewünscht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dem Wüstensand ganz cool aussehen wird und dass auch der Skarabeus an sich gut aussehen wird. Insgesamt bin ich noch nicht überzeugt. Ich glaube, das hängt jetzt ganz stark davon ab, was aus der Serie noch kommen wird und wie das dann insgesamt in einem Set aussehen könnte. Lasst mich gerne wissen, was ihr von diesem Design haltet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.